Hallo liebe Laserfreunde. Heute habe ich wieder mal einen interessanten Materialtest. Zuerst möchte ich euch aber noch ein wichtiges kleines Update zeigen. Die Frage dazu kommt von euch. Mich würde interessieren, ob der gelaserte Jeansstoff nach ein paar Durchgängen in der Waschmaschine Schaden nimmt. Das habe ich getestet und die Antwort lautet ja. Am sichtbarsten ist es auf dem doppelt gravierten Buchstaben G. Aber auch im Bereich des Kreises ist die Struktur des Stoffes stark beschädigt und wird wohl nach ein paar weiteren Waschgängen so weit aufrauen, dass Löcher entstehen. Meine genutzten Parameter waren also schön, aber nicht gut. Jeans 100% Baumwolle. Wie versprochen habe ich einen weiteren Test dafür gemacht. Ich habe mir Meterware eines Denim Jeans Stoffs aus reiner Baumwolle im Internet bestellt. Der Stoff ist griffig, aber nicht ganz so dick wie der einer normal gekauften Jeanshose. Die Ränder sind weiß, das zeugt von einem weißen Unterfaden des Stoffs. Und da der Stoff aus einer zweifarbigen Linienschrafur besteht, ist der zweite Faden schon vorher gefärbt worden. Das bedeutet für mich, möchte man die Gravur wirklich weiß haben, dann kann dies nur durch das Zerstören des blauen Fadens entstehen oder man bleicht die Hose. Ich beschränke mich also darauf, eine Gravur zu finden, die die teure Markenhose heil lässt. Ich schneide mir ein kleines Stück des Stoffs ab und lege es auf die Arbeitsfläche des Lasers. Da ich den Stoff auch schneiden möchte, verwende ich als Unterlage die Aluminiumplatte aus der Laserbeilage. Ich befestige das Stück auf Spannung mit ein paar Magneten, diese halten die Platte und den Stoff auf meinem magnetischen Lochblech schön fest. Ich starte den Auftrag des Lasers mit einem kleinen Parametertest. Nachdem der Auftrag vom Laser abgearbeitet ist, starte ich noch eine weitere kleine Runde mit drei Sondereinstellungen. In der fertigen Gravur kann man einen leichten Farbverlauf der höheren Leistung von unten nach oben absteigend erkennen. Je weniger Blauanteil, umso intensiver der Faserabtrag. Bei meinen drei Zusatzgravuren habe ich die Parameter noch etwas ergänzt, Durchgangswerte erhöht und den mittleren auf Versatzfüllung gestellt. In der vergrößerten Druckvorschau zeigt sich das Muster der Gravurfahrt. Diese lässt sich auch im Stoff wiederfinden und macht die Einstellung damit unbrauchbar. In meinen verwendeten Parameter für den Test habe ich die Geschwindigkeit in einem Bereich von 2100 bis 3000 mm pro Minute gewählt und nutze für alle Geschwindigkeitsstufen die Leistung von 10%, 15% und 17,5% mit einem Durchgang. In meinen Sondereinstellungen habe ich einmal mit einer Versatzfüllung und zwei Durchgängen und einmal mit einer normalen Füllung und drei Durchgängen gearbeitet. Ich starte den Auftrag des Lasers erneut. Mein Wappen dient der Gravur als Motiv. Entschieden habe ich mich für 3000 mm pro Minute auf 10% Leistung und zwei Durchgängen. Der Laser arbeitet die Gravur artig ab und um den Jeans-Kreisaufnäher-Test nicht mit der Hand schneiden zu müssen, erstelle ich mir in Lightburn einen weiteren Kreis mit etwas Abstand zur Außenkante und gebe meine Schnittparameter ein. Interessant zu sehen, durch den Constant Power Modus mit zwei Durchgängen fährt der Laser die Strecke erst zweimal im Uhrzeigersinn und dann zweimal gegen den Uhrzeigersinn. Rechnerisch dürfte das dann eigentlich vier Durchgänge sein. Da ich diesen Parameter vorab nicht getestet habe, er aber prima funktioniert, bleibe ich zunächst dabei. Der Jeans-Kreis lässt sich leicht entnehmen. Die Gravur hat trotz des hohen Baumwollanteils von 100% einen kleinen gelblichen Schmauchfilm. Die Stärke sowie das Gesamtbild hat kaum Unterschied zu meinem ersten Test. Wer den Test noch nicht gesehen hat, hier oben findet ihr den Link dazu. Reines Weiß erhalte ich nicht. Der Schnitt ist extrem sauber, durch die Hitze werden die Faserenden aber nicht verklebt, so dass sie, wie hier sichtbar, durch mehrfaches Anfassen und Bewegen fransen. Mit Bügelfolie, genäht oder gesteppt, auf Hosen, Jacken, Käppis, über Löcher oder Flecken, peppt und repariert das Teil doch jetzt super alles auf. Allein durch die Schnittfunktion kommen einem doch viele Ideen für interessante Aufnähe. Der Stoff ist gewaschen und noch sind keine Stellen sichtbar, an dem die Fasern vom Stoff Schadspuren zeigen. Lediglich die Fransen vermehren sich am Außenrand. Meine alten Parameter seht ihr unten. Die neuen 3000 mm pro Minute auf 10% Leistung und zwei Durchgängen. Und für den Schnitt 1000 mm pro Minute 80% Leistung mit dem Constant Power Mode und zwei Durchgängen. Acrylglas durchsichtig Ein Bilderrahmen aus Acrylglas. Zwei Scheiben gehalten von Magneten 13 x 18 cm mit einer Stärke von jeweils 1 cm und ein Schaltmarker. Ich nehme hier wieder mein schönes Lila und färbe die Oberfläche der Scheibe damit ein. Der Marker deckt gut und so brauche ich nur einen Auftrag. Gewählt habe ich den Kreidemarker, weil er sich schnell und ohne Kratzer entfernen lässt. Was hier so langsam erscheint, ist langsam. Wenn man nicht aufpasst, sind 32 Minuten 32 Stunden. Ich habe es aber doch vor Ablauf 32 Stunden bemerkt. Ich starte den Auftrag mit meinem Logo. Ich sollte mir wohl langsam mal etwas anderes einfallen lassen. Das Acrylglas habe ich auf ein Brett in den Arbeitsbereich des Lasers gelegt, um das Durchbrennen bis auf den Boden meines Enclosers zu verhindern. Zusammen mit dem Schein meines roten Sichtschutzes des Enclosers, der lila Farbe des Schaltmarkers und meiner grünen Schutzbrille durch den Sucher der Kamera ergibt wirklich eine schöne Farbe. Während der Gravur entfernt der Laser die Schicht der Kreide. Der Auftrag ist fertig und schon beim Entnehmen des Acrylglases bemerke ich, dass ich etwas vergessen habe, das Glas hochzusetzen. Das Acrylglas hatte sich durch die hohe Intensität meiner Leistungseinstellung so schön in das Holz gebrannt, dass der Brand nicht nur das Holz an sich klebte und nicht mehr abging, sondern auch gleich umgekehrt von der Hitze das ganze Acrylglas schmolz. Nachdem ich den Schaltmarker entfernt habe, finde ich kurioserweise das Ganze eigentlich ganz schick. Die Oberflächengravur war so wie ich es wollte und die Verbrennung hatte einen edlen Goldtun. Von der Seite kann man eine schöne 3D-Landschaft aus Buchstaben erkennen. Durchsichtiges Acrylglas, Parameter. Da sich immer alles um Parameter handelt, habe ich auf meinem verfuschten Test die ungravierten Bereiche wieder mit dem Schaltmarker versehen. Ich möchte sehen, ab wann die Verbrennungen auf dem Brett so stark sind, dass sie Spuren hinterlassen. Außerdem sehen, welche Einstellung ich benötige, damit eine LED sie leuchten lässt. Bis zum Leistungsbereich 30-50% bleibt das Holz unversehrt. Ab 60% Leistung zeigt das Holz schon erhebliche Spuren. Auf der Rückseite sieht man schön den klebrigen Brandschmauch. Da mir die erste Gravur so gut gefallen hatte, gehe ich zurück zu meinem ersten Versuch, übernehme die Parameter und setze das Acrylglas hoch, indem ich unter die Außenränder ein paar 4 mm starke Reststücke Holz lege. Auch auf der Rückseite trage ich diesmal den Schaltmarker etwas versetzt zum Oberseitenauftrag auf und starte die Gravur. Da ein Diodenlaser keine Transparenzen schneidet oder graviert, stoppt er dort, wo sich ein Farbauftrag befindet. So habe ich nun eine Gravur auf der Oberseite und einen auf der Unterseite des Acryls. Der Schaltmarker ist abwaschbar und unter fließendem Wasser lässt er sich einfach vom Acryl spülen. Die Gravuren sind sauber und gleichmäßig. Erst ab 60% wird der Abtrag rauer und leicht streifig. Diese verlieren sich aber wieder bei meinen letzten beiden Sondergravuren. Dort ist der Abtrag riffelig und um die Outline sieht man eine kleine vertiefte Kante. Für meinen Leuchttest stelle ich das Acrylgas auf eine LED-Leiste, sodass sie direkt mit der Kante der Unterseite auf der LED steht. Wie erwartet leuchten erst meine Sondergravuren. Der Abtrag der anderen ist oberflächlich und das Licht bricht sich darin nicht. Im Licht sieht man die Streifigkeit jetzt auch bei den niedrigeren Leistungsstufen. Witzigerweise bricht sich das Licht meiner beiden Sondergravuren nur dann, wenn die Gravur auf der Vorderseite ist. Die LED sitzt genau mittig, aber vielleicht halte ich das auch nur schief zum Winkel der Kamera. Und die Parameter für den Test? Die Geschwindigkeiten 1500, 2000 und 2500 mm pro Minute mit einer Leistung von jeweils 30, 40 und 50% mit einem Durchgang. Ebene 26 mit einer Kreuzschrafur und meine beiden Sondergravuren haben noch 150 mm pro Minute mit 80% und einem Durchgang. Acrylglas Finale Und was wäre schon ein Film ohne Happy End? Ich färbe mir die zweite Seite des Acrylglas-Bilderrahmens. Lege das Glas auf die Arbeitsfläche inklusive der Unterfütterung meines Holzes zum Hochsetzen an die Außenkanten. Während der Gravur ist deutlich zu erkennen, dass diesmal der Schaltmarke abgetragen wird und das Motiv darunter hell bleibt. Die Gravur ist fertig. Der Abtrag ist sauber, die Kanten scharf, die Fläche ist gleichmäßig geriffelt. Die Rückseite ist unbeschadet und schaut man von der Seite, ist vom schönen Goldton keine Spur mehr. Die Kreidefarbe ist auf Naturbasis. Im Waschbecken unter fließendem Wasser spült sie sich schon fast eigenständig ab. Mein Schild-Bilderrahmen-Leuchte-irgendwas ist fertig. Und ich denke, es ist recht schön geworden. Acrylglas wirkt edel, auch wenn mein Video dem Ereignis eigentlich nicht wirklich gerecht wird. Die Gravur ist wie gewünscht grob krakelig und meine LED-Leiste verstärkt den Effekt noch um einiges. Durch das Licht wird auch die Spiegelung der Schrift auf der Innenseite der Rückseite verstärkt und der Eindruck entsteht, dass beidseitig graviert ist. Der kleine Versatz in die Tiefe lässt die Outline der Schrift noch stärker leuchten. Mit verschiedenen Farben der LED zeigt sich auch gut, wie unterschiedlich die Farben die Gravur schlucken. Während Rot das Motiv eher abdunkeln lässt, lässt Lila oder Weiß die Gravur hell leuchten. Ihr habt sicher auch ganz tolle Ideen für solche Gravuren. Der Geruch beim Lasern ist mittelmäßig, aber wie immer sicher nicht unbedingt gesund. Hier meine Parameter für Riffeliges. 150 mm pro Minute mit 80% Leistung und einem Durchgang. Ein kleines Update für den Kalender nach Montessori. Im vorletzten Video zeigte ich euch, wie ich ein Kalender aus MDF 4 mm für einen Kindergarten erstellt habe. Die Lieben dort vor Ort haben die Kalenderteile inzwischen fertig angemalt und warten auf die vielen Kleinen, die nun damit lernen dürfen. Vielen Dank erneut für das schöne Bild! Ich sammle noch immer fleißig an neuen Materialien und Ideen und möchte demnächst ein Video Teil 2 mit euren tollen Tipps für das Gravieren von Edelstahl und Aluminium machen. Ein dickes Dragon Cut danke an euch! Mein Fazit für heute, meine Jeans braucht keine 100% Baumwolle für eine weiße Gravur. Sollte dies wirklich gehen, ohne den Stoff zu zerstören, wäre ich interessiert daran. Jeansstoff ließ sich super schneiden und lädt damit zu tollen Projekten ein. Acrylglas ist ziemlich edel und der Leuchteffekt ist wunderschön, aber auch sehr staubanfällig. Die Gravurparameter sollten über 50% angesetzt werden, um einen leuchtenden Effekt zu erzielen. Ich hoffe, ich konnte euch wieder einige Anregungen geben für eigene Projekte. Ich freue mich auf bald! Dicke Dragon Küsschen!